So, dann versuchen wir das Ganze noch einmal. Äh, okay. Dann fangen wir mal wieder an mit einem Knochenschild. Ich muss mal schauen, wie ich das am besten mache. So ein Illusionsschwert. Kann man auch mal gucken, angreifen. Aufpassen, was er macht. Ja, das zum Beispiel, das haut auch extrem rein. Vielleicht da eher ausweichen. Aber, nö. Ich weiß nicht, warum die da nichts machen. Aber, okay. Das kann man auch nicht abwerfen. Alter, falsch. Äh, der Boss ist nicht ohne, muss man ja schon lassen. So, es geht durch. Heilt ran. So, ich mach jetzt eine Drehattache. Äh, oder auch noch nicht. Heilen, heilen, heilen. Nochmal versuchen, Knochenschild einzusetzen. Du willst Sturz versuchen, bitte. Das wird was bringen. Ah, jetzt kommt die Attacke. Okay, das gehört. Okay. Gut, dass wir davon noch genug haben. So. Nein, 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 nein. Wunder heulen. Ich weiß nicht, ob das das bringt. Können wir hier gerne ausprobieren? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich muss aufpassen, 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 aufpassen. Jetzt kann ich noch nicht. Jetzt. Dass sie auch noch mal sterben müssen. Jetzt ist er besiegt. Yes. Alter. Edensier. Zweimal. Hammer. Also da muss man wirklich aufpassen. Diese Feuerstrahlen, die machen unheimlich viel Schaden. Ja, gut. Wir haben es aber geschafft. Und, wenn... du weißt, dass du weißt. Das ist nicht. Ich verstehe. Was ist das? Ich bin nicht ganz sicher, aber es sieht, dass es uns etwas versucht zu erzählen. Vielleicht ist es versucht, uns eine Klühe zu öffnen. Wir müssen etwas in die Karte legen? Es könnte ein großer Schuss oder etwas missbrauchen. Listen, du wirst hier, okay? Es gibt vielleicht etwas weiter. Lass uns einfach weiter gehen, und vielleicht werden wir Glück bekommen. Ich glaube so. Was wollen wir uns sagen? sie an stückte dort ist die dritte und dort hat es da ist das schön gut was auch hier hier wieder solche Mauer Eizungstrahl bitte wenn du meinst das hilft zumindest gegen die anderen Monster Mr. Rowe Das ist das Ende davon Lass uns weiter gehen Zwei Wege Das ist jetzt schlecht Ihr wieder Ach ja ihr habt die Barriere So Dann Eiserumstrahlen Mach sie fertig sie Wunder Elektrokur Brauche ich alles nicht Seht ihr hab ich alles schon Alles Alles aufgestockt Ich lauf jetzt einfach mal Irgendwo Ist der Weg schon richtig Wenn nicht dann Wolle den Weg zurücklaufen Der Fall zwar Zeig nach unten Sind Sie bereit? Ach ja die haben wir auch bei dir Nein Nein Der noch Und Der noch So Jetzt kann die Waffe sich wieder aufladen Wunderschön Wunderschön Eine weiter Hier Jetzt bin ich einmal im Preis gelaufen Na wunderbar Ich verlaufe mich gerade Das 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 Komm Weg mit dir So Ich hoffe, du hast es nicht gegen uns gehalten. Ich habe ihn nicht gegen uns gehalten. Ich habe ihn nicht gegen uns gehalten. Da hinten! Nichts Besonderes. Den werden wir erstmal mit unserem Brennschlag. Da wird es zwei attackieren. Sehr schön. Ohne Schaden. Aber ich frage mich, ob ich die Jägermünste noch gebrauchen kann. Ich muss da hoch. Shit. Ich komme da nicht einfach dran. Hey, ich habe es geschafft. Ich will mich hier nicht aufhalten. Das ist es nämlich. Das ist es nämlich. Ich will mich doch jetzt hier nicht aufhalten. Autsch. So. Nein. Oh. Wieso treff ich? Bist du hoch? Bist du? Nehmen wir den halt. Das ist so, wie du es geschafft hast. Echte Sphäre brauche ich da auch nicht mehr. Hab ich doch alles. Sag ich doch. Gut, nehmen wir den Weg. Die Enem sind so sehr, wie wir sind. Ich hoffe, ich hoffe, es geht alles gut. Ich hoffe, es geht alles gut. so was müssen wir? ich habe Zeit für sie so halt rein na koch also hyper Glück kann ich dir geben weil alles andere bringt nichts so die braucht keine Hilfe ne 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 so geht es hier nicht ach so er lädt gerade auf 1,2,2 2,2,2 so so herausforderung verloren ist mir bei egal denn ich habe schon platt medizin heilung und trefferheilung ok hier geht es weiter oder auch nicht so hier ist auch noch eine Tür führt in den selben Raum courage und foolhardiness sind nicht das gleiche nicht schau dir weiter ich nehme dich an vielen Dank wo ist denn das kegel scharf ach das ist so ein Bulle interessant erst mal gegen den Mauerriesen kämpfen so ich hoffe du hast es nicht gegen uns ich hoffe du hast es nicht gegen uns steve oder irgendetwas zu erzählen nein das sind wieder nur Fabrikteile wir haben Probleme hier ich habe wir müssen die 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 Gegner sind so sehr, wie wir sind. Deswegen gebe ich ihm einen Halt und zur Aufgabe. Das ist effektiver. So. Wow. Wow, 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 wow. Ist klar. Wo führt der Weg denn bitte noch hin? Popping up like crazy. Ah, ich muss jetzt schnell... Ich will jetzt schnell nach unten. Ist die Frage... Das ist das einzige, was in diesem Ort ist. Wir sehen einfach, dass du kommst. So, lass uns den Sofa mal schnell... Die Schafe... So. 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 Der ist noch übrig. Das sieht man auch nicht. Also, man trifft die auch nicht, wenn ihr auf den Boden geht. Das ist so das Problem. Guten Job, alle! Es geht zumindest noch weiter rum. Oder sowas in der Art. Ah, ein Händler. Ich hab mich schon gefragt, wann der mal langsam kommt. Dreimal dreifach Heilung. Aber doch kann ich einmal bei nichts noch mal. So. Gegenstände. Ah, da, Energietrans. Einfach mal auffrischen. Mal gucken, was du so verkaufst. Bleib vigilant. In den ruhigen Geben. Ach, ich bin wieder hier. Hey, ich werde öffnen den hier vorne. Den Bier. Oh, ich kann ja noch nicht. Hey, ich hasse das mit der Behre-Waffe. Wir brauchen zu lange, um aufzuladen. Wir brauchen zu lange, um aufzuladen. Okay. Dann hier ist eigentlich mal zu Slime-Man. Äh, okay. Ich möchte wissen, was du für Waren hast. Quatsch mir nicht zu. Stellar-Crystal. Rot kaufen wir. Lapis-Latuli kaufen wir auch. Also keine neuen Waffen. Froschschild. Können wir kaufen. Drei Wiederbelebungen. Dringend. Die waren sehr wichtig. Alles andere brauche ich nicht. Dankeschön. Kiste da vorne. Nicht berühren. Enthält böse Geister. Kiste? Nicht berühren? Ich glaube, da höre ich nicht drauf. Was ist alles das? Das sieht aus. Das sieht aus. Es sieht aus. Wir können es nicht lesen. Ja, genau. Los geht's. Oh, look at das. Ich habe es gefunden. Ja, das ist die Mareglot-Tung. Mal sehen. Hm? Was? Was in Blasen? Was bedeutet das? Ich bin schrecklich falsch. Eden? Eden ist nicht ein legendärer Planeten mit fantastischen Geschenkern. Ich muss diese Kinder stoppen, bevor etwas Schreckliches passiert. Ich muss hurry! Mal sehen. Interessant. Okay. Das war jetzt mal wieder. Wir verabschieden uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Denn das war's. Mit RougeGalaxyWinds euch gefallen hat. Könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Also, bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Am I going to disappear? Don't worry. Dad's right here. I'm right by your side. Hm. Dad? I've been thinking about this for a long time. Huh? Hang on a second, Mark. Dad? Dr. Picacho. If I may ask, who was that you were just talking to? Oh, that was Steve. You've met him, right? I was trying to get in touch with him, but something's wrong with the sound quality. Is that so? I could have sworn I heard a child's voice. Dr. Picacho. Surely, you're not still. I'm very sorry, Star, but I've had a long day. I'd like to be alone, please. Doctor. Yes, of course. I'll come back another time, then.